Hallöchen meine Lieben und ganz herzlich Willkommen zu einem neuen Food Haul. Genau. Und bevor es losgeht, denkt dran, abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und lasst mir ganz, ganz viel Feedback da. Genau. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Ansonsten geht es gleich los. Ein paar Vorworte, falls es draußen laut ist. Ich glaube, der Rasen wird wieder gemäht. Also ich hoffe, man hört es nicht. Aber man weiß es nicht. Dann habe ich mir ein frisches Oberteil angezogen. Boah, und das riecht extrem nach Weichspüler. Und ich hasse den Geruch. Ich benutze seit bestimmt über einem Jahr keinen Weichspüler mehr, weil ich das nicht mag, wenn die Kleidung riecht nach irgendwas. Deswegen. Das riecht so nach Weichspüler, obwohl ich das bestimmt schon zwei Jahre oder so nicht anhatte. Aber nun gut. Da muss ich noch die Kamera einstellen. Ich hoffe, das Licht ist jetzt okay, weil ich habe es beim letzten Mal wieder anders eingestellt. Und es ist ja wieder viel zu dunkel. Also ich übe mich noch in der Einstellung. Ich hoffe, jetzt ist es okay, weil jetzt ist es eigentlich sehr, sehr hell. Oh mein Gott, ich hoffe, es ist gut. Und dann ist, oh mein Gott, mein Schiebewagen. Wie nennt man das? Hacken? Hacken-Porsche ist kaputt. Also, das eine Rad ist innen drin. Okay, ich muss mir direkt gleich einen neuen bestellen. Meine Milch ist mir nämlich ausgelaufen. In dem Wagen ist mir auch noch nie passiert. Und ich habe mir jetzt hier meine Kokosmilch umgefüllt. Obwohl ich noch eine ganze geöffnete im Kühlschrank habe. Deswegen denke ich, die wird mir eh kaputt gehen, weil sonst wäre die ja noch zu gewesen. Und jetzt habe ich zwei geöffnete, volle Milchsorten. Naja, egal. Das war es. Das war mein Vorwort. Jetzt geht es los mit dem Food Haul. Ich habe sehr viel Geld da gelassen. Eigentlich wollte ich viel, viel weniger ausgeben. Aber egal. Es geht los mit Klopapier. Das gute alte Klopapier. Genau. Dann geht es weiter mit Bandnudeln. Brauche ich. Dann geht es weiter. Dann habe ich mir ein Brot gekauft. Ich glaube, es war ein Brot. Und ich war echt überfordert mit der Schneidemaschine. Also, ich habe vorher zum Glück jemandem zugeguckt, wie er das gemacht hat. Und ich habe Mittel genommen. Und die sind trotzdem irgendwie dünn geworden. Aber egal. Das wird nämlich direkt im Moment eingefroren. Weil das werde ich zum Grillen. Also das Brot brauche ich zum Grillen. Beziehungsweise werde ich beim nächsten Mal noch ein, zwei Sorten kaufen. Genau. Weil für uns so viele Leute ist einfach zu wenig. Pudding. Hier. Pulver in Vanille. Dann haben wir hier Griebenschmalz. Ich wollte nämlich Schmalz. Dieses weiße... Das war so wie eine Butter. Also in Pudding gibt es so komplett weißen Schmalz. In Deutschland leider nicht. Hier gibt es nur Griebenschmalz nach Großmutters Art in Apfel und in Kräuter. Sogar 30% Rabatt. Deswegen habe ich die mitgenommen. Ich hoffe, die kommen so ein bisschen an den von Polen dran. Aber mal sehen. Dann haben wir hier Rosinen für mein Porridge. Dann haben wir hier eine irische Burra. Die ist hier leider auch kaputt gegangen in dem Wagen. Ich brauche nur einen Wagen dringend. Dann haben wir hier Blätterteig. Zwei Stücke. Und dann haben wir hier Walnusskerne. Auch für mein Porridge. Dann haben wir hier Dinkelkrusti. Das sind die leckeren Brötchen. Jetzt habe ich vier Stück. Zwei Stück sind für heute. Und zwei werde ich einfrieren für irgendeinen Tag, wenn ich keine Zeit habe zum Kochen. Es schnell gehen muss, damit ich dann was essen kann. Genau. Bisschen Brötchen. Dann haben wir hier dreimal rote Paprika. Die war eigentlich ganz günstig gewesen. Drei Stück. Dann haben wir hier Kräuterbutter. Zweimal. So mini. Es hat 100 Gramm, 100 Gramm. Und ich brauche eigentlich nur 150 Gramm. Aber nun gut. Dann haben wir hier eine Sahne. Schlagsahne. Und ein Speisequark mit 40 Prozent Fett. Genau. Dann haben wir hier Aprikosen. Ein Kilo. 2,99. Die habe ich mitgenommen. Ich wollte noch ein bisschen mehr Obst. Aber ich habe gedacht, das ist schon ein Kilo. Wenn ich noch mehr kaufe, dann wird das bei mir nur schlecht. Weil so viel esse ich auch nicht. Deswegen nur Aprikosen. Genau. So. Dann geht es weiter mit Apfelbirnenmark. So. Eigentlich komme ich mit einer. Ein Glas pro Woche ganz gut aus. Deswegen nur einen. Dann geht es weiter mit Gouda. Zweimal. Dann geht es weiter mit Hähnchenbrustfilet. Kaufe ich jede Woche, wie ihr wisst. Dann geht es weiter mit Eiern. Obwohl ich noch ein paar habe. Aber ja. Dann haben wir hier Haferflocken. Dann geht es weiter mit 4 Tomaten. Tomaten sind jetzt sehr, sehr günstig. Und hier habe ich eine Fleischtomate. Genau. Dann haben wir hier ein Schokoproissant. Ist auch für heute. Dann geht es weiter mit Brötchen. Merkornbrötchen. Wie ihr wisst, kaufe ich die auch immer. Dann geht es weiter mit Bananenchen. Und zwar 8 Stück. Genau. Die reifen hoffentlich schnell. Und dann friere ich die wieder ein. Weil wie ihr seht, habe ich in den letzten paar Wochen keine Bananen gekauft. Weil ich sie eingefroren hatte. Und dadurch sehr viel hatte. Und nicht mehr welche kaufen musste. Aber Bananen müssen immer mitkommen. Und dann haben wir hier einmal leichter genutzt. Käseaufstück. 30% weniger Fett fürs Brötchen. Und hier haben wir Hackfleisch gemischt. Das wird aber direkt eingefroren. Gefroren. So. Okay. Seht ihr, das war nicht viel. Und wie viel habe ich ausgegeben? Mit diesen kleinen Pups hier. Ja. 39,77 Euro. 40 Euro. Das gäbe doch nicht. Aber egal. Ich sage euch, was wir kochen werden. Heute Brötchen. Dann werden wir kochen. So eine. Oh, ich habe den Reis vergessen. Ich habe zwei Sachen. Reis habe ich mir noch nicht mal aufgeschrieben. Weil das wird nicht ausreichen. Also ich habe noch ein bisschen Reis. Aber das wird nicht ausreichen. Aber ist nicht schlimm. Also ich wollte so eine Reispfanne mit Hähnchen und Gemüse. Also Paprika und Fleischtomate. Das schmeckt so, so lecker, Leute. Und das ist so schnell gemacht. Und so gesund. Und also das wollte ich machen, weil das sehr, sehr lecker schmeckt. Genau. Also Reispfanne. Und was wollte ich dann noch machen? Dann wollte ich falsche Lasagne machen. Das heißt, ich brauche die Bandnudeln, Hackfleisch, Käse und Sahne. Genau. Und das war es. Genau. Nur zwei Gerichte. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen eingekauft. Und zwar die Blätterteig-Dinger brauche ich, weil ich wollte so Quark, leckere Quarkstangen machen. Dafür brauche ich Vanillepuddingpulver und den Quark. Weil ich festgestellt habe, wenn ich in den Garten gehe, ich keinen Bock habe zu backen, weil es viel zu heiß ist. Und das geht dann halt schnell. Also ich brauche nur Blätterteig. Belegt das, dreht das und dann kommt es in den Ofen. Dann ist es schon fertig. Genau. Dann habe ich die Kräutermutter gekauft, weil ich will dann noch für den Garten Brötchen. Also so runde Brötchen. Kleine, also so Kräuterbrötchen zum Grillen, weil wir lieben Brot beim Grillen. Und ich wollte das schon immer machen, aber irgendwie kam ich nie dazu, weil irgendwie kam es nicht dazu. Also so mit Kräuter, Kräuterzupfbrot heißt es. Genau, das war nämlich sehr lecker gewesen. Und das Brot ist auch zum Grillen. Das mache ich so, also das haben wir in Polen immer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, mit Schmalz. Dann kommt da diese Jarenka Smaku und Käse. Aber ich habe jetzt vergessen, noch den Käse zu kaufen. Also so Gouda-Scheiben. Aber es ist nicht schlimm, weil dieses Wohin in der Grenze eh nicht ist. Also ich kann auch mal einkaufen gehen. So, aber ein Brot wird sowieso zu wenig sein. Das heißt, ich werde sowieso noch mal zwei Brote oder noch mal drei kaufen müssen. Nur damit ich nicht so viel auf einmal habe, habe ich jetzt schon mal einen gekauft. Wie gesagt, ich friere den ein. Und dann wird es halt aufgetaut. Und das geht dann auch halt schnell. So, und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ne, das war's. Das war mein kleiner, aber feiner Foothall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir sehr, sehr gerne Feedback da. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020